So, liebe J.G.Essler, endlich ist es soweit. Der Tag, auf den so viele gewartet haben, ist endlich da. Jetzt wird's heiß! Jeder von euch hat drei Stimmen. Notiert euch die Nummern eurer Lieblingsbilder und stimmt auch Schulklaut für sie ab. Das Bild mit den meisten Stimmen gewinnt. Platz zwei geht an das Bild mit den zweitmeisten Stimmen, Platz drei an das mit den drittmeisten und so weiter. Also jetzt stiftbereit und auf geht's! Hier sind die teilnehmenden Bilder. So, liebe J.G.Essler! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das waren die Einreichungen. Jetzt nur noch abstimmen und wir wissen, wer den JGS-Fotowettbewerb 2019-2020 gewonnen hat. Vielen Dank an alle Teilnehmer mit ihren tollen Bildern. Ich bin schon sehr gespannt, wer gewinnen wird.